Ja, Fad, es ist mir so leid, ey. Alles cool. Fad, ich bin leider schon blauer, ich versuch mich aber total so... Ja, was denn? Schreiben wir dich an, ich bin mega nervös! Hallo? Da ist jemand, der hat einen Megabond. Gott, Mann, was? Stell mich doch nicht immer so unter Druck! Grüß, mein Lieber. Prost. Hallo. Hallöchen. Hilf mir bitte. Gerne. Ja, wobei, genau. So wie dich deine Freunde ansprechen, was sagen die? Meine Freundinnen nennen mich eigentlich so, wie ich auch als Künstler genannt werde, Fad. Daher kommt der Name auch, weil mein richtiger Name ist Fahad. Und das war den Jungs auf der Straße zu lang, hat zu lang gedauert. Und wir haben dich Fad genannt? Einfach Fad, Abkürzung von Fad. Aber Fad heißt Furz auf Englisch. Aber wir sind ja nicht in England, weil auf Arabisch heißt es auch Waffe. Ich weiß. Und auf Französisch heißt es Schminke. Und was heißt denn Fahad? Fahad hat keine richtige Bedeutung, es war ein armer Bauer, der hat sich in die Tochter vom König verliebt. Dann hat er die Shirin abgezogen, ist mit ihnen in die Höhle, dann kam der König, wollte ihn umbringen und die Shirin auch, hat er gesagt, nein, nimm deine Tochter, ich bleib alleine zurück. Und hat aus dem riesigen Berg mit bloßen Händen einen Palast gebaut und ist dann einsam und alt gestorben. Fad der Shirin. Ganz kurz, ganz kurz, das muss man an einer Stelle sagen, das ist persische Kultur, darauf geht Mathematik zurück, Sprache etc. pp. Versteht ihr? Da kommt ein Typ, der sagt, hey, wie heißt denn du? Ja, Klaus. Nein. Bei Fad funktioniert das. Bei Klaus? Warum heißt denn du Klaus? Ja, pass auf. Da war so, nee, das funktioniert einfach nicht. Okay? Ihr seid kulturloser Kartoffeln. Ja, muss man einfach mal sagen, ja, muss man mal sagen. Du hast dir das Ätzendste auf der ganzen Welt ausgesucht. Du willst auch noch Hip-Hop machen, was los? Ja, ich wurde vergewaltigt in der Kindheit, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache Hip-Hop. Kein Scheiß. Warum? Weil ich mit Hip-Hop aufgewachsen bin. Also ernsthaft. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 19. Vom Außen ein bisschen gereifter, wie ein Wein ist das bei mir. Fakt ist, ich bin mit zehn, mit elf Jahren mit Hip-Hop in Berührung gekommen. Weißt du noch, was denn deine erste Band war, mit der du irgendwie am Start warst? Nein, weil früher gab es nur diese Mixtapes, die die Älteren überspielt haben. Okay, was ist der erste Song, an den du dich erinnerst? Criss Cross, Jump. Ernsthaft. Ohne Witz. Jump Around? Ja, Jump, Jump. Genau, da war ich eine kleine Kröte und die hatten dann früher, die Älteren hatten dann die Hosen auch so falsch rum an. Ja. Das war lustig. Hast du das auch gemacht? Nein, ich durfte nicht. Von deinen Eltern aus? Mein Vater. Boah, ich... Krass. Woher kommst du? Ich bin im Ruhrpott zu Hause, genau in Gladbeck. Bin irgendwann mit fünf, sechs hier hingekommen, als kleine Kröte. Und direkt auch, also erstmal nach Frankfurt in der Nähe von Bornheim. Irgendwo da die Ecke, Asylantenheim, richtig schönen Asylantenstatus. Du bist eigentlich Perser? Genau. Also du bist aus dem Iran? Genau. Und äh... Du bist dann zuerst nach Frankfurt und dann nach Gladbeck irgendwie rüber oder... Ja, ja, wir sind als Asylanten erstmal nach Frankfurt gekommen. Die letzten Dollar, die mein Vater hatte, hat er dann erstmal für ein, zwei Wochen für's Hotel platt gemacht, so damit wir irgendwo pennen können. Und dann ging das ganz schnell Antrag ausfüllen. Als wir gekommen sind nach Deutschland war das noch nicht so intensiv mit Asylanten. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Ganz grau, ganz grau. Was ist das Erste, woran du dich erinnerst, wenn du an Deutschland denkst? Kalt. Ja, geil. Zusammengefasst. Punkt. Ich komme aus dem Süden von Iran und da ist im Winter 25 Grad, 24 Grad, so Abadan die Ecke. Aber du weißt ja auch, dass es im Iran ein mega geiles Skigebiet gibt, was die wenigsten Leute wissen. Im Norden von Iran. Da sehen die Leute, die dort herkommen, sehen auch oftmals aus wie... Wer hast du vorhin die Deutschen genannt? Schweden. Kartoffeln? Ja, genau. Schwedische Kartoffeln, sehr lecker. By the way. Die sehen oftmals so aus. Ehrlich? Ja, sie haben hell blaue Augen. Als du hier hingekommen bist und diese ganze Kiste nie gesehen hast von Schnee etc. pp. Als du hier warst, in Deutschland, egal wo du vor warst, du warst ja in Gladbeck. Kannst du dich daran erinnern, dass du das erste Mal gedacht hast, als du gesehen hast, Alter, das ist Schnee? Also so war es für mich nicht. Ich bin ja als Kind, ich glaube, wenn man das dann so... Ich war ja sehr klein. Ich weiß, die richtigen Erinnerungen an den Iran habe ich als Kind nicht mehr. Deswegen war es für mich keine Umstellung. Verstehst du? Wenn ich jetzt zurückblänke, ich weiß nicht, was mit meinem Unterbewusstsein da in dem Moment los war. Aber wenn ich mich zurück erinnere, habe ich keine Kindheitserinnerungen an den Süden von Iran. Was ist denn das erste, woran du denkst, wenn du sagst Iran? Äh... Was ist das erste, woran ich denke? Heimat. Ja? Warst du seitdem schon mal in Iran? Kennst du Navid und Omid? Ja. Ehrlich? Respekt. Ehrlich? Ja, wirklich. Die machen jedes Jahr dieses persische Neujahrs-Face. Genau, die machen eine kleine Party. Alter, die machen das ja in Köln. Ich habe das noch nie gesehen, ich war da. Das ist das krasseste. Persisches Neujahr-Fest. Zeftig, ne? Ja. Könntest du dir vorstellen, dort aufzutreten? Wenn die Gage stimmt? Ab wann würde die Gage stimmen? Boah, also... Das ist echt viel Schmerzensgeld, das die da zahlen müssen. Ich glaube, äh... Wir reden davon... Navid, hast du das gehört? Schmerzensgeld, das habe ich ja auch immer gesagt. So. Siebenhalb müssen die hinwettern. Wir können beide mega froh sein, dass dieses Format hier keine Sau guckt. Ehrlich. Vertu dich da nicht, wenn ich das poste, werden das viele Leute sehen. Ey, ich weiß, ich weiß. Ich habe deine scheiß Klickzahlen bei Facebook gesehen. Das ist einer von diesen Momenten, wo meine Karriere gerade so... Ja. So... Okay, alles gleich. Aber meine Fans sind tolerant, die werden dich auch tolerieren. Vielleicht willst du ein paar Kommentare... Ey, deine scheiß Kartoffel da, mit der du geredet hast. Ich bring den um. Was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, egal. Ich bring den trotzdem um. Nicht ganz so schlimm. Aber ich habe tatsächlich so ein... Ich habe mir so ein bisschen im Zuge dessen, dass ich wusste, okay, wir werden miteinander reden. Habe ich mir die Sachen von dir angehört und auch angeguckt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du verkaufst dich manchmal ein bisschen unter Wert. Unter Wert? Ja, du weißt genau, was ich meine. Das erkenne ich an deinem Grinsen. Doch, das... Also, wenn ich mir zum Beispiel die Titel und die Texte angucke, die gehen schon in verschiedene Richtungen. Okay. Deine Texte sind wesentlich tiefgründiger als manchmal die Titel. Also, die Titel sind sehr reißerisch und die Texte sind sehr, sehr poetisch manchmal. Und ich frage mich, ist das Konzept? Ist das so... Also, bist du jemand, der sagt, okay, so ist der Markt. Ich muss die Leute ranreißen und kann denen aber dann irgendwie meinen Scheiß verkaufen. Egal, was es ist und ich denke vielschichtiger oder was ist es? Das ist erstmal spannend, wie du das so als, sage ich mal, Außenstehender betrachtest. Weil so habe ich das so noch nie zu hören bekommen. Aber das ist wahr, dass ich versuche auf jeden Fall Lyrics zu vermitteln und dass die Titel dann vielleicht einfacher gewählt sind. Als der Rap im Endeffekt. Es kann was dran sein, aber ich mache das dann, wenn nicht, bewusst. Sondern eher aus dem Aspekt heraus, dass ich jetzt einen Titel nehme, der wirklich auch zugreifend ist oder verständlich für jedermann. Und dann vielleicht die Lyrics, da wird dann aussortiert. Was hörst du selber für Mucke? Boah, querbeet alles. Du kannst mich mit allen überzeugen. Nein, ich will dich ja gar nicht überzeugen. Ich will ja, dass du mich überzeugst. Also, zum Beispiel bin ich letztes Mal im Auto gefahren und dann lief von R.E.M. Losing My Religion. Und das ist eigentlich so ein Song, den wird man mir vielleicht so vom Optik her nicht zutrauen. Aber das ist ein unglaublich starker Song. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das in Rap so rüberbringen, wie er das gemacht hat. Weil es ist eigentlich ein sehr nachdenklicher Track, aber gleichzeitig ist er tanzbar. Und das fand ich so spannend an dem Song. Auf welchen Song von dir würdest du tanzen? Auf gar keinen, ich tanze überhaupt nicht. Ich bin der schlechteste Tänzer, den du jemals gesehen hast. Alter, alter Regel. Wer Zeit hat zum Tanzen und hat kein Geld zum Trinken. Fürsaufen, ne? Ja. Das ist eine Ruhrpott-Mentalität. Ja, ich weiß. Macht dich sympathisch. Dankeschön. Aber nichtsdestotrotz vertraue ich ein Stück weit, auch wenn ich sie nicht alle mag, der Polizei und in Deutschland, dass sie da ein Stück weit gegenhalten. Ja. 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 Ja.